Eigentlich ist die Schlagerbranche für ihren Zusammenhalt bekannt. Doch jetzt beschwert sich G. G. Anderson über die fehlende Unterstützung seiner Kolleginnen. G. G. Anderson, 74, ist seit Jahrzehnten ein bekannter Schlagerstar und stand schon mit anderen Musikgrößen auf der Bühne. Doch jetzt wurde der Sänger von zwei seiner Kolleginnen zutiefst enttäuscht und scheut sich nicht, sein Leid mit der Öffentlichkeit zu teilen. Es handelt sich dabei ausgerechnet um zwei der ganz großen Stars der Schlagerszene, Helene Fischer, 40, und Andrea Berg, 58. G. G. Anderson kämpft mit seiner Gesundheit. Anderson hatte zuletzt mit einigen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Er erlitt unter anderem gleich zwei Schlaganfälle und litt an einer Gesichtslähmung. Auf Unterstützung seiner Kolleginnen konnte er in dieser schweren Zeit aber offenbar nicht zählen. Wenn das Helene passiert wäre, dann hätte ich Gott und die Welt wild gemacht, um ihre Nummer zu bekommen und ihr gute Besserung zu wünschen. Von ihr kam aber nichts, kein Anruf, nichts. Es kam auch nichts von Andrea Berg, aber okay, dann ist das so, erzählte er laut Merkur.de gegenüber Freizeitexpress. G. G. Andersons offene Worte über den musikalischen Nachwuchs, das G. G. Andersson mit seiner Meinung nicht hinterm Berg hält, ist nichts Neues. Auch mit Kollege Roland Kaiser rechnete er bereits öffentlich ab. Doch auch die Schlagerbranche allgemein ist nicht vor seiner Kritik gefeit. In dem Podcast Aber bitte mit Schlager mokierte er über einige der jüngeren Schlagerstars. Es gibt einige Fernseh- und Schlagersender sowie Radiokollegen, die Sendungen ausstrahlen, in denen Künstler auftreten, deren Darbietungen ich als äußerst unschön empfinde. Klammer Punkt 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 Klammer. Es ist schade, die Mädels und die Jungs, die haben doch einen Spiegel zu Hause. Klammer Punkt Klammer. Es ist schade, die Marshall aus der Schule, die er in den Westen des Westen des Himmels. Vielen Dank.